Feierabend im Alten Rom. Zeit für Sport, Spiel und Spaß. Das Angebot war groß. Es gab Vergnügungs- und Rotlichtviertel, Thermen und Theater. Und Sportstätten wie den Circus Maximus. Hier fand die mit Abstand beliebteste Unterhaltung statt, das Wagenrennen. Eine besondere Attraktion war das Kolosseum, ein gigantisches Amphitheater. Mit hunderttägigen Spielen wurde der Prachtbau 80 nach Christus eröffnet. Die Sitzverteilung im Kolosseum spiegelte die strenge Ordnung der römischen Gesellschaft. Zentral innen der Kaiser in seiner Loge, umgeben von den Senatoren und Priesterinnen, die wie er ganz unten und nah an der Arena saßen. Auf dem ersten Rang nahmen die Adelsfamilien Platz. Darüber die freien Bürger Roms. Die obersten Ränge teilten sich Fremde, Frauen, Sklaven und Ex-Sklaven. Das Kolosseum war einer der wenigen Orte in Rom, wo Kaiser und Volk direkt aufeinandertrafen. Der beste Ort, um die Stimmung in der Bevölkerung einzuschätzen. Nach dem Aufmarsch der Teilnehmer und der Lotterie begann das Schauprogramm. Als erstes kämpften exotische Tiere gegeneinander. Dann Mensch gegen Tier. Über Mittag wurden Gefangene hingerichtet oder aufeinander losgelassen. Tödlich endete fast jeder Kampf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017